Vertreten, Treue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vortus, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsworte. Gebet. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal. Opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens. Und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilandsworte. Ich brauche Sühneseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, mein Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für dich Sterbenden dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priestersseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, die es in Liebe sagt, mit jedem Atemzug, mit jedem Wohlschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen.